Ich weiß nicht, was wir jetzt hier reißen können. Ich war, Sascha? Ja, ja, genau. Mr. Minus 10% mich. Hey, hey, hey. Ich waffel hab schon meine beste Runde. War ein bester Mann. Wichtigste Aufwand. Ja, genau. Nice, der kriegt gleich erstmal nice, dass er geupgradet hat. Nice. Ich beschütze das Ei, Michi, ich beschütze das Ei. Ich krieg keine Ahnung. Haben wir schon Volt in den Überwagens? Nee, hab ich eh schon geguckt. Doch, haben wir. Das ist ein Eis. Wo war das denn so ein Kriss? Oh. Ist das so ein hochflächiger Gesicht drin? Oh. Also 5 Gold gibt es ihm schon die erste Tier-Spitz-Hacke. Michi, einbauen unseres Eis. Kennst du auch, oder? Ich hab mir nichts geholt. Ich hab das nur festgestellt gerade. Wir haben es nicht getan. okay, den baut sich auch schon voll kräftig eine Lippe mit hoch. Ja, ich steh hier, also ich bin da Ich bin da mal Obt ihr die Hand? Na, der läuft ja Ich will ja nicht sagen, aber ich bin in der Mitte Ja, dann komm doch mal mit, du Ja, so Bist du grad nochmal Meine Nase pudern und dann komm doch mal mit Oh, du hast schon ein freier Kampf anbieten Ja, ist das so? Vielleicht hab ich es nicht mit dem Schellen Ja, ich hab hier auch schon einen Kampf mit Blau Ich glaube, dass ich hätte ich verlieren Ich komm halt nicht hoch, wenn ich nicht mit dem Kampf Ich muss den Kampf vorher gewonnen haben Ich muss abhauen, nicht vergessen Nicht, ich brauch Hilfe Kann ich nicht, ich hab grad die Dias hier Komm, Tiger, hol sie hier Pfff Ich hab ein grün von uns also jetzt wieder geholfen Hier sind blau Äh, frechfarbe war mir hier grün, ne? Ja Ich überleg gerade Ja Ja Ob man nicht zu orange oder so jetzt rüber geht Die jetzt auf dem Weg, wie wir haben Das relativ viele Palle ist Und äh, das eifeln wir nach laut Ich geh jetzt zu orange durch Nein, sie hat mich runterge... Oh, Scheiße Wieso hat er mich gekriegt, das frage ich mich Ich hab ihn nicht so gut und so gelaufen, dass er mich nicht kriegen konnte eigentlich Cheetah Ok, ich komm zurück, ich hab 20 Dias Ja, mit mir, ich bin grad gestorben Ich hab gar nix gerade, ich bin grad minus 10% Äh, da kommt jemand zu uns, da kommt jemand zu uns Da kommt jemand zu uns Von links Ja, das ist blau, gegen den ich die ganze Zeit schon kämpfe Ja, ich wolltest du sagen Der kommt übrigens doch nicht Ja, natürlich Oh, ein Moment 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 Ich hoffe, du bist mit den Dias jetzt nicht runtergefallen Okay So, ich hab jetzt ein Schwert und ne Eisen... äh, ne Lederrissung hier Ne Eisenrissung wär schön So, öffne ich mir mal ne... Spitzhacke noch eben schnell und dann... Bisschen Essen, bisschen Blöcke und dann... Ich hab nur 25 Gold, willst du die für den, äh, Billings haben? Obsidian... Oh Gott, blau invaded aber richtig! Blau und gelb Ach, du meine Fresse Ich bau Rauch, wir püffen Gett ist beim Heil, Gett ist beim Heil Rot ist schon beim Heil Ja, den einen hab ich wirklich mit ihm Ich bin tot Der eine ist tief Ich bin tot Ich kaufe nur schön Obsidian Ich kaufe nur schön Obsidian Wir haben den da ja, ne? Ja, wir sind gerade im Haus jetzt Ich bleib aber trotzdem beim Eifert noch ein weiterer Geselle kommen sollte Ist der jetzt tot? Ja Ich war noch dabei, mir Essen zu holen, ich hab kein Essen Aber das haben wir ja da für Kuchen, ne? Ja Du sollst schon sagen, wie muss ich jetzt das All bauen? Hier, komm mal her Wir gib mir das einfach, ich mach das selber Dann müssen wir jetzt nicht herkommen Ja, was denn? Also hier kommt noch einer hin? Naja, mach mal Gelb kommt, Gelb kommt, Gelb kommt Schmaaann, ich wollte Dias holen Haut wieder ab, haut wieder ab, kannst du wieder zurückgehen mit mir Lass mich weg Ich kann dir Ich bin zulieber nicht, dass ich dir das sage Dir, ich werfe dir Dias sofort auf Zwei Dias, Michi dann, ja Hallo, Geschenk Gau, schaut mal nicht ins Maul Seid dankbar, dass du überhaupt was kriegst So, zweifach auf die Dias an Upgrade First Spars und Verstand Rot kommt, rot kommt, rot kommt Schaffst du's? Negativ Alter, ich bin gerade oben Ein anderer Dude ist aber auch hier Schafft ihr das oder schafft ihr das nicht? Der rennt grad die ganze Zeit rum Ein Oranger kommt hoch, Michi Mir fehlen noch fünf Dias, dann kann ich Upgrade Noch drei Noch zwei Noch ein Was? Pow! Wuh! Hast du gesehen, Sascha? Mh Oh, ich hab Goldäpfel gekriegt Achso, ja geil Ich hab sieben Goldäpfel jetzt, haha, voll nett Ich hab jetzt auch acht Ich hab jetzt auch acht Michi, ich bring dir... Thanks Eine Minute, 37 Sekunden später Kannst du auch gerne ein bisschen entgegen kommen oder so Weil der Weg ist doch zu mir weit Mimimi, Weg ist zu weit Mimimi So, das nächste was ich für uns hol ist ein Fallenbogenwitschlag, Michi Ja Hat ihr das für dich? Ja, ein paar brauche ich auch noch für dich Willkommen Wut ist bei Mai Jetzt Bist du Komm Rotor Der ist super Spitzer, gell? Ja, ich komm Das Gold ist doch ein Problem Warum? Ist nicht auf Max, oder? Nee Ja, und wenn wir vor allem Bogen wollen Ist das ein Problem? Ja, das stimmt Ja, das stimmt Ja, irgendwie ist es... Warte da, so weiter Warte, irgendwie ist es fertig Das merkt man gar nicht, dass deine Nase ist Warte, 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 warte Warte, 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 warte Oh, ein Dood von uns muss wohl geliebt sein Oh, stimmt Äh es kommen nochmal 20 Gias Du kannst den Goldsfall aufbusten, bist du fertig? Ich bin da, ja ja Wuuu Ich gehe erst wieder hoch, wenn ich genug Pfeile habe, ne? Unser Dud ist gestorben. Ich bin hier aufs Spot. Ich frage, sollten wir unserem Dud helfen oder DAS nix. Ja, das sind so beide Sachen dafür. Ich hör mal Jolt. Und er scheint ganz in Ordnung zu sein. Herzlichen Dank gerade eben alles. Okay, geht wieder. Aber ist klar. Ein riesengroßes Goldproblem, aber ansonsten... Wie viel Dias hast du denn noch zum Upgraden? 44. Ja, dann Upgrade doch auf Maximum. Ist ja noch nicht auf Maximum, ich dachte. Ja, weh. Hast du dir doch nur einmal geupgradet, oder nicht? Oder hab ich das nicht... Ah, schau. Yo. Oh, er hat mir Dias schleppen gebackt. Hast du doch schon. Ja, aber schon ziemlich. Fix ihr Internet. Ich werde das mal immer so einfach gehen würde. Ja. Die Antwort ist klar. Michi, du hast es falsch geschrieben, Schiff. Also... Fix your brain. Du schreibst nicht global. Ja, weiß ich. Ich rede auch mit unserem Cheatmate. Der hat nämlich einen Chip-Bahn. Ich sag ja immer Dankeschön und sowas. Aber er antwortet nicht drauf. Da brauch ich ihn gefahren, dass er einen Chip-Bahn hat. Hier kommt's über Fias. Und was hat er? Hat er oder was? Ja, hat er. Er kam gerade wieder hoch. Und er ist gerade runter gegangen, da hab ich das geschrieben gehabt. Und dann hat er es so gelesen. Dann kam er wieder hoch und dann hat er so ganz... Hat er genickt und ist traurig weggegangen. Tja. Aber Leute, lasst euch das eine Lehre sein. Beleidigt keine anderen Leute im Spiel. Das gehört sich nicht. So Michi, ich komm dann gleich mit Pfeil und einem schönen Bogen. Das ist... Amazing. Ich bin mir nicht gerade on the way. That's amazing, Sascha. That's really amazing. Was ich the amazing Spider-Man sagste. Besser. Besser noch. Obwohl ich war eh nicht so ein Spider-Man-Freund. Von daher. Oh, wer ist da denn? Wo muss ich denn? Er kommt gerade? Nein, Sascha! Er ist weg. Aber er hat das andere eingesammelt. Klasse, Sascha. Ich geh mal auf dem Osterland. Boong. Hier, Chess-Pack. Hierher. Und? Wo siehst du mir? Warte, Sascha. Warte, 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 warte. Warte. Okay, jetzt kann unser Typ auf jeden Fall bleiben. Halt. Das hat er mir geschenkt. Das ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Dann müssen wir noch ein bisschen Gold holen für Pfeile und so. Aber... Und wie Gold dafür hast du, Sascha? Acht. Was? Machst du schon ne Spitzhackel, ne Güte? Äh, äh, rot ist da. Das war nicht meine Frage. Das war aber meine Aussage. Das war aber meine Aussage. Ich kann dich nicht zurückknallen. Ja, ich komm. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Der hat nur noch Spack. Hier, komm her, Sascha. Willst du dich, Sascha? Ich weiß auch, wo rot ist übrigens, ne? Hier. Auf der Nachbarnsitz von uns. Bei...rot. Oh, der Karten. Super, super. Was? Was? Ich hab da einmal. So, aber ich hab jetzt ne Dia-Chestplate. Ich hab auch zwei Dia-Chestplate. Ich hab auch zwei Dia-Chestplate. Ja, ich bräuchte mehr. Ich geh noch mal eben hoch. Hier, roten wir gleich hoch. Michi, ich musste das die ganze Zeit auch... Oh, stopp, ja. Hab zu sehr, wir sind runtergeschafft. Naja, von wem hattest du? Das ist ein bisschen groß... äh, global schreiben, Junge. Jetzt musst du global. So, blau. Blau ist blau. Blau ist wahrscheinlich genau gegen Google. Hat er gut gekämpft, sagst du? Hat er gut gekämpft, ja. Hat er fast geschafft. Ja. So, was hol ich mir denn noch? Die Frage ist, ob wir uns noch einen Stärkebogen holen, ne? Wie gesagt, wir stehen jetzt nicht mehr lange rum, sondern wir gehen rüber. Ah, blau. Was ist... wo ist blau? Oh, die sind zu dritt da oben in der Mitte, ja. Das ist irgendwie... Ja, ich hab mich gar nicht mitgekriegt, was du gesagt hast. Warum kriegst du das nicht mit? Als wäre dich so wuschelt. Ich hab gar nicht mal. Und ich hol mir ein bisschen TNT. Ich spange mein TNT. 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 War ein incoming, Michi, weil du jetzt... GEMA-Mucke gespielt hast. Nee. Man darf die ja kurz abspielen, hab ich sogar letztens gesagt. Oh, echt. Das stimmt, die haben sich ja jetzt sehr geeinigt, YouTube und... Oh, Quatsch. Wer war das? Ender-Perle, Ender-Perle, Ender-Perle. Wo, 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 wo? Der ist auf der Insel. Wo, 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 wo? Oben auf dem Baum. Auf dem Baum? Hier rechts da, der. Nee. So nackig. Hä? Da oben, hier beim Baum ist der... Der sneakt hier oben bestimmt. Hier ist der... Michael. Da hinten. Super. Pass auf, dass ihr nicht untergeschossen werdet. Ja. Krass. Michi, wieso bist du schon wieder unten? Ja, ich bin so schnell ein Typ, ich bin so schnell hoch und so schnell wieder unten. Oh Gott. Ich bin jetzt aber auch wieder unten. Also ich hab definitiv den Typen da hinfliegen sehen. Und halt so ne Perle runterfallen sehen. Und ich hab auch den Fallschaden von dem Typen gehört. Also... Hieß du da jemanden? Ja, da müsste da ein Baum sein. Ich geh da mal hoch. Okay, da wo ich dachte wo einer ist, ist keiner. Hä? Aber das war wirklich... Aber ich hab denn hier safe einen gesehen. Vielleicht ist er noch weiter oben? Vielleicht ist er noch weiter oben? Okay, Eist safe. Äh, hier ist echt keiner. Hier ist keiner, definitiv nicht. Hä? Was hab ich denn gesehen? Bin ich jetzt komplett blöd? Wo meinst du denn hast du den gesehen? Der ist hier oben auf diesem... diesem Grünzeug hier, rechts vom Ei. Wenn du vom Ei aus in die Mitte guckst, dann rechts oben in den... Blättern da. Das ist der, glaub ich, in den geflogen. In dem großen Baum? Hier wo ich gerade drunter stehe. Da unten stehst du. Ah, da hinten stehst du. Da hinten stehst du. Hast du den Baum komplett abgelaufen? Ja, ich bin den komplett. Ah, nicht für Pfeile. Ich hab Pfeile gehört. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt einfach mal in die Mitte lauf? Zu denen hin? Dann bist du erschossen von Blau. Blau ist halt genau gegenüber, ne? Blau ist oben auf dem Baum in der Mitte. Nein, das Ei. Müssen wir auch noch kaputt machen. Ja, ja. Also jetzt rüber geht es natürlich nicht. Dann kümmere ich mich nochmal ums Ei, ne? Ja. Schaden kann das ja nicht. Ja, die wissen nicht mal, dass man beim Villager eigentlich treppen kann. Ja. 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 Dann kümmere ich mir die ganzen Spektralpfeile ein. Oh, du bist ja richtig. Du bist ja der glücklichste Mensch auf der Welt heute, ne? Ja. Und so zu viele Spektralpfeile. Ich hab dich eingeholt, dass du ausgibst. Und dann bist du eine. Ja. 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 Ich hab sechs Stück. Ich sag dir, unser Ei sieht gleich richtig schick aus. Blau kommt. Blau kommt. Ja. Welchen Part davon hast du nicht gehört? Ich bin doch da. Was hast du denn? Wenn du den Ei den nicht weggeschlagen hättest, hätt ich den sogar runter gehauen. Ich folge dir nicht. 1, 2, 3. Ich sehe nach wie vor nur drei von Blau, ne? Das heißt, einer ist durchaus hier noch irgendwo in der Nähe. Oder könnte durchaus hier in der Nähe sein. Na gut. Den brauchte ich nur eine super Spektralpfeile. Ah, da hast du ihn gesehen. Links von uns ist er. Was ist? Gewiesen. Boah, seit einem gekillt war. Ja. Du wolltest mal links kommen. Ich glaub, das hat er nicht geschafft. Das war's. Komm wieder, Alter. Du hast das im Auge. Ja, gut. Ja, sauber. Hast du noch die, Sascha? Ja, tatsächlich hab ich noch welche. Ich weiß zwar nicht wie er das geschafft hat, aber ich will's auch gar nicht wissen. Der hat's geschafft und das ist das verzählt. Blau komm, Blau komm, Blau komm, Blau komm. Was? Immer mal. Ich hab beide. Und noch einer. Ich hab noch was für dich. Und bist du? Oh mein, oxidieren. Okay. Okay. Schön, schön. Wie, schön. Ist gut? Ja, das schmeckt hervorragend. So, ich geh mal rüber in die Mitte. Und tötet ihn jetzt eben. Ist nur noch einer. Ja. Brauchst du den töten. Natürlich halt den. Ja, der ergibt sich gerade neu in der Base. Ich weiß nicht, ob der schon gut ist. Ich würde im Zweifel davon ausgehen, dass der oben hat. Ja, das ist im Zweifel auch nicht. Okay. Wie war das schon mal, der Dias bezahlt und der Dias stellt und der Dias in den Fall hat? Wenn er so viel Geld schon hat, oder so viel Dias schon hat, dann würde er sich garantiert auch Ja. Bist du dir da wirklich sicher möchtest? Ja. Möchtest du diese Antwort einloggen? Ja. Ja. WUH! Alter, jeder Schuss hat's gleich getroffen, ne? Das war ein nice Team, was? Ja. Dem schick ich meinem Befolgschaftsanladung. Der hat mir nicht gefallen, der Kerl. Den fand's nicht gefallen, den Kerl. Den fand ich echt gut. Da. Du. Was da istofvall. D mächtest du mit einem Ersten, nur aus Ganzen. Ich hab peer aber», von euch das sch habits viele d Netz zu convex. Und, was das glaube ich Century, gesagt? Dann 2016, die Körner hat. Martin so cool. Ne heisst? Bis zum nächsten Mal.